So, machen wir gleich weiter. Ich kann es eigentlich nicht wirklich weiterlaufen lassen, aber... Egal! Komm, ich muss mir auch gleich zuschauen, was ich da mache. Eigentlich nichts spezielles, ich ziehe einfach nur ein paar Wege, damit die hier auch ein paar Wege haben. Weil sogar in der Hitus hat es einen Wege. Ja, die wissen, dass das ich. Nässe die Armee. Ei, ei, der schickt eine Armee an die nächste. Das Glück lässt er mich da oben noch sein. Die Queatur lebt wieder. Digga, bist du noch da? Nein. Okay, aber den gehen wir jetzt suchen. Wahrscheinlich chillt er es zuhause. Die schlimmste Niederlage für die Griechen breiten sich aus. Mein Bruder hat sie zurecht bewundert. Aber wir müssen sie aufhalten. Setzt Stosstrupps in Marsch! Ui, das wird mir noch einen Kämpfe geben, sage ich euch. Digga, wo ist er? Da ist er. Schnell. Da ist sicher mal regeneriert, der Sack. Ah. Das ist nicht auch schon. Da ist er. Oh, da ist ein Nud. What? Ähm. Ähm. Lauf einfach da hin. Wie viele Leute habe ich denn jetzt? Wow. 20. Deine Das ist好 mitgenommen. Bist du immer verblüht? Ansgar. Okay... Ich danke dir. Ich danke dir die ganze Zeit! Das war's für heute. Oh, da ist es. Es ist... weiter gehts Ihre Stadt ist wirklich beeindruckend. Wenn wir den Aufbau nicht stoppen, rauben uns Ihre Lügen die letzte Kraft. Ich muss mir gerade angewöhnen bei diesem Gamelouter sprechen. Weil das übertönt mich sonst der Herzschlag und all der Scheisse. 612 Plätze habe ich und habe nur 172. Die Geburtenrate ist aber hoch. Wir haben 70 Kinder. Okay, das geht vorwärts. Die 70 Kinder werden dann alle Krieger. Also, ein bisschen geht unten. Dir geht's gut. Okay, das ist der Tiger. Wo striehlt er rum? Dort oben ist er. Ähm, ja gut. Dann gehen wir einfach mal randalieren bis er kommt. Unsere Soldaten haben neue Schwerter. Wir treiben die Griechen ins Meer. Ja, aber Bogenschütze sind scheisse. Ich weiß nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Du gehst mal durch den Wald. Wo ist der Tiger? Ich bin gerade hier mit dem Tag. Ich bin gerade hier mit dem Tag. Ich bin gerade hier mit dem Tag. Die Tigerseucher beschäftigt. Komm doch. Ich muss jetzt erst rein provozieren. Ich gebe jetzt für die Kreatur einmal das Heilwunder aus. Ja, ja, es ist nichts mit Sparen. Aber, äh... Ich bin sicherer als das. Ich bin sicherer als das. Das ist auch der Verrecken nachher. Hast du sicher? Ah. Ja. Oh, da guck mal da. Bis sie noch eines sehen. Sie sind spätzerperfekte Soldaten. Der tut auch los. Bratz. Oh. 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 Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger. Ihre Bestie scheint die Schriften zu kennen. Wie ist das möglich? Oh. 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 Oh my God. Oh. Jetzt kannst du sie dann mal heilen. Oh du weißt, nein, aber nein, wir müssen jetzt neu. Oh nein! Oh! Hallo! Ich bin gerade ein bisschen verschrocken. Ich habe mir Wege getan, dann heile dich! Boom! Genauso! Right! Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger! Ich muss noch mal einen Zerstörer von der Kreatur sehen. Machen wir doch! Prats! Ja, jetzt Maxi langsam schon, he? Ein richtiger Kämpfer geworden. Wo ist der Feigling? Der Möchtegang-Kämpfer, der mich nur im falschen Moment erwischt hat. Hä? Weg? Ja, jetzt geht der Alter sicher nicht mehr. Jetzt hat er Angst. Äh... Also, los! Los, los, los! Dann weisst du was? Ich möchte bis der King kommen. Nicht da in den Wald. Hey Feigling! Hey Feigling! Ja, komm da! Komm da hin! Hey, schau da! Schau da hin! Schau an wie er klein ist gegen meinen Wolf! Ja, ja... Was sind das 20? Er macht ja mit diesen 20 fertig los! Komm da hin! Du musst keine Angst haben. Du bist grösser und stärker. Ja, das ist halt jetzt unfair. Ah, genau! Verdi! Ja, das ist voll unfair. Ich schläge nicht mehr auf den Tiger. Es ist egal, ob sich der Tiger kommt. Schaden nicht mehr. Jetzt kommt auf ihn drauf! Komm auf ihn drauf! Ah! Heil dich! Blitz! Ja, ich stirb wahrscheinlich wieder. Jetzt kommt drauf! Nein! Ein dunkler Tag für unser Volk! Heil dich und mach dich fertig! Yeah, Mann! Yeah, Mann! Die Kreatur ist der Shit! Die Kreatur! Ja! Oh, du... Ja, jetzt komm! Ist mal gut da, ist mal gut! Chills zuerst mal! Zu ihm! Heute kämpfen wir Soldaten! An diesem Tag kämpfen wir für unsere Ehre und um unser Leben! Attacke! Du bist super g'si! Dann... So geil, die Kreatur! Richtig abgegangen ist sie! Da, 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 komm! Ah, warte! Nimm, nimm, nimm! Iss! Und stampf! Ich will heilen, wäre ja nicht schlecht! Los, heil dich! Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger! Ihre Bestie erscheint die Schriften zu kennen! Wie ist das möglich? Heilen! Mach was! Ja, billige Stampfen! Da sterben sie aber nicht! Vieich! Mach was! Kick in die Kick! Ja, weisst du, er lässt sich einfach abstechen! Ja! Alte! Dann gehst du halt wieder weg! Ja, du bist gerade ziemlich wütend! Komm da hin! Mit deinem freien Willi gleich Null! Haha! Nein! Nein! Ja, ich wollte eben sagen, jetzt gehst du da hinten! Die sind voll auf dem Vormarsch! Egal, da rein kann ich zaubern! Drei Samurai habe ich auch noch! Nein, nein! Ja, dann kommt ihr halt! Oje! Wie viel habe ich verfügbar? Ah, hätte ja, das ist schnell gegangen! 150 Wogenschützen! Heile dich nochmal! Du kannst dir mal einen freien Willi haben! Das ist auch okay! Mach was du willst! Die ist noch weit weg! Was machst du? Schön! Gut, meine Ente hat gesagt, es ist Zeit! Aber... Ich würde gerne noch ein paar Leute verbrennen! Ja! Sorry, ich musste mich gar ein bisschen stricken! Ja, ja, das ist natürlich normal! Wir werden euren Tod rächen, ehrwürdige Krieger! Puh! Sie haben dann nicht viel Chance gegen einen Gott mit Feuer! Ah ja! Warum möchte ich mir doch nicht einen Anwalt in Brand dort? So! Bis zum nächsten Mal! Peace!